Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Robert Whitaker redet in einem Interview Israel Adesanya schlecht und Adesanya lässt das nicht auf sich sitzen und reagiert prompt auf Twitter. Was passierte, seht ihr in dieser Episode. Lasst aber vorab gerne einen Daumen nach oben da oder ein Follow bei Spotify oder alternativ natürlich auch, ihr wisst es ja schon, eine Bewertung bei iTunes. Robert Whitaker hat in einem Interview über Izzy Adesanya gesprochen und machte einige spannende Aussagen. Ich meine, es ist ja klar, dass wir diesen Rückkampf sehen werden. Whitaker hat ihn sich mehr als nur verdient. Er hat gegen Darren Till gewonnen, er hat gegen Calvin Gaslum gewonnen und er hat gegen Jared Cannoneer gewonnen. Drei Kämpfe hat er gewonnen, nachdem er seinen Gürtel verloren hat. Das ist wirklich sehr viel. Also dafür, dass Whitaker vorher mehrmals erfolgreich sein Gürtel verteidigt hat, sind drei Kämpfe, um einen Rückkampf zu bekommen, wirklich viel. Die meisten bekommen definitiv und direkt ihr Rematch. Das war bei Whitaker eben ein bisschen anders. Aber er sagte, als ich den Kampf gegen Vittori gesehen habe, habe ich gemerkt, dass Adesanya nicht untouchable ist. Es hat nur noch einmal bestätigt, dass er ein ganz normaler Mensch ist. Man kann ihn sehr wohl treffen. Ich denke tatsächlich, dass seine Performance ziemlich durchschnittlich war. Nicht durchschnittlich im Sinne von schlecht, sondern durchschnittlich im Sinne von, er hat nicht mehr getan, als er tun musste. Er hat nichts Besonderes getan. Er hat nicht mehr getan, als er nicht wirklich absolut musste. Und das ist natürlich was Gutes. Aber auf der anderen Seite macht sich das nicht zu einem Gott. Er ist definitiv kein Gott. Er ist ein sehr guter Kämpfer, klar. Aber er ist nicht so gut, wie er denkt. Und Israel Adesanya hat prompt darauf reagiert, postet ein Foto auf Twitter, wie er Robert Whitaker ausgenockt hat. Und hat dann ebenfalls noch geschrieben, wenn ich nicht so gut bin, wie ich denke, wie gut macht es dich dann? Und damit spricht er natürlich darauf an, dass Whitaker sagt, Adesanya ist nicht so gut, wie er denkt. Trotzdem hat Adesanya Whitaker ausgenockt. Also, wie redet Whitaker dann quasi über sich selbst? Adesanya tweetete ebenfalls, ich bin für dich vielleicht kein Gott, aber dennoch habe ich dich getauft. Und damit ist der Knockout gemeint, diesen Begriff. Den hat Hoyer Mars Vidal quasi berühmt gemacht im MMA. Dieses Baptizing, wenn Mars Vidal Gegner ausgenockt hat. Ja, ziemlich spannend. Also, Robert Whitaker disst Israel Adesanya. Es ist ja nicht mal ein Dissen. Es ist ja, es ist in gewisser Weise ein Dissen, aber Adesanya nimmt die Dinge von Whitaker immer sehr, sehr schnell persönlich. Und Adesanya ist immer sehr schnell beleidigt von Robert Whitaker. Warum auch immer. Ich finde es eine komische Situation zwischen den beiden. In meinen Augen hat man bemerkt, dass Adesanya Whitaker kein Rematch geben will. Adesanya sagt dabei, Whitaker gegen Darren Till, wenn Darren Till gewinnt, bekommt er einen Titelfight. Okay, Darren Till hat verloren. Dann hatten wir Whitaker gegen Kanonier. Adesanya hat gesagt, wenn Kanonier gewinnt, bekommt Kanonier einen Titelkampf. Bup, Kanonier hat verloren. Adesanya wollte nie Robert Whitaker wirklich einen Rückkampf geben und ich habe nie wirklich verstanden, warum. Aber Whitaker musste ihn sich, wie eingangs im Video bereits erwähnt, dreimal. Dreimal musste er gewinnen, bevor er sich diesen Titelfight verdient hat. Und nun kommt es auch dazu. Die beiden mögen sich nicht. Ich denke, Whitaker ist es ziemlich egal, was Adesanya von ihm hält. Aber Adesanya, der reagiert ja immer sehr toxisch, sehr angefressen auf Kommentare von Whitaker. Auch wenn Whitaker, wie gesagt, nur gesagt hat, Adesanya ist ein durchschnittlicher Kämpfer. Ich persönlich widerspreche da Whitaker ein bisschen. Ich sehe Adesanya als zurzeit bestes Mittelgewicht. Aber ich denke, niemand im Mittelgewicht kann Adesanya so stark Probleme bereiten wie Whitaker. Und deshalb bin ich auch so sehr auf diesen Rückkampf gespannt. Und was denkt ihr? Wer würde den Rückkampf gewinnen? Oder, nee besser, wer wird ihn gewinnen? Schreibt es unten rein. Folgt Bühler auf MMA auf Instagram. Und damit bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.